Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Grimrock Teil 2. Ich habe jetzt im Netz nachgeschaut, weil ich nicht weiterkam. Und es gibt ein alternatives Ende. Dafür muss ich die fünfte Essenz selber craften. Und wir hatten ja auf diesen Schriftzug daran gelesen, dass man diese Elemente, dass sie sich gegenseitig bekämpfen, und man braucht die dafür. Das heißt, ich hätte die gar nicht aufheben dürfen. Die müssen hier angebracht werden, und in der Mitte von ihnen muss ich einen Zauber sprechen. Woher ich weiß, dass das hier der Zauber ist, kann ich euch nicht sagen. Das ist aber wohl, ich muss einfach da drauf gehen. Ihr seht, da hinten ist schon, also im Internet stand irgendwie, der heißt Trickster. Ich habe keine Ahnung warum. Das ist auf jeden Fall dieser scheiß Kobold. Der soll jetzt auch wieder in einem Dungeon sein hier auf der Map, wo ich nicht weitergekommen bin, beim Hub. Wo haben wir das Hub? Hub, 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 da oben. Im Hub gab es ja noch einen weiteren Raum. Da drin. Der soll jetzt auch sein, und der soll sauschwer sein zu besiegen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird interessant. Der macht mir also jetzt Stress. Schauen wir mal. Die Klinge tauschen wir aus. Also, der ist in die Richtung gerannt. Tatsache. Und jetzt ist hier auf. Und man kann ihn besiegen. Ja, sollten wir das mit dem anderen Ende machen, oder soll wir lieber ihn besiegen? Also man muss durch den Nexus dafür noch gar nicht durch. Man kann ihn einfach nur besiegen. Kartograffer. Was auch immer das bedeutet. Also, Kartograf, klar. Aber, äh, wofür wir es bekommen haben? Vielleicht, weil wir alle Dungeons entdeckt haben? Ich weiß es nicht. Aber alle Secrets bestimmt nicht. Lair of the Trickster. Also, er heißt Trickster. Wurde das ja auch mal erwähnt. Dieser Mistkerl. Machen wir mal ein Quick Save. Er soll sehr schwer zu besiegen sein. Oh Gott. Feuerballteile. Ich fühle mich ja jetzt schon nicht. Da unten sind irgendwelche Spikes drin. Was ist das? Das ist die Rune hier, ne? Da muss er wahrscheinlich das fünfte Teil hin, oder? Ich habe es auch nur grob überflogen. Also, ich weiß nur, dass... Hier ist ein Schlüssel. Wieso ist hier ein Schlüssel? Also, ich habe es einfach gegoogelt. Und da meinten die halt, man kann den Trickster besiegen. Ich wollte mich ja natürlich auch nicht zu sehr spoilern lassen. Brauche ich hier Geheimgänge? Hier brauche ich hier bestimmte Schlüssel überall. Sieht mir ja nach ganz normalen Breastkeys aus. Oh, 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 oh. Ich habe sogar gut Schaden gemacht. Wir sollten da auf keinen Fall reinfallen. So wie es aussieht, zeigt er sich nicht, bevor wir die Essenz haben. Kann das sein? Das kann gut sein. Wir brauchen erst die letzte Essenz. Also, gehen wir hier nochmal raus. Dachte, haue ich den nämlich früher um, bevor wir the true ending, also das wahre Ende, uns anschauen. Na gut. Dann erst mal wieder zum Eingang. Ja, hier die ganzen Keys. Wir können jetzt alle Sachen an uns annehmen. alle Sachen vielleicht noch öffnen, obwohl es wird nicht ausreichen, die Gold Keys. Das ist das Falsche. Das ist Feuer. Wasser. Jetzt kommt hier in die Mitte die Teile. Sehe ich das richtig? Pfff, du hast sie. Aha. Aha. Wo sind wir? Welche Map? Unter der Burg sind wir. Okay. Schande. Und ich habe die Teile oben liegen lassen. Das bringt mir natürlich nichts. Aber da wäre ich, glaube ich, nie drauf gekommen. Also hätte ich jetzt nicht im Netz geschaut. Jetzt frage ich mich echt, wie haben sie das hinbekommen? Dass man weiß, dass man, also, dass man diesen Zauber mal nutzen könnte? Habe ich ja verstanden, weil das unten bei dieser Figur gewesen ist, bei dem Trickster im Land. Das ist ein Lager. Aber ich denke, genau hier anwenden muss, um zu diesem geheimen Ort zu kommen. Ich glaube, das hätte ich nicht rausgekommen. Das ist das Schrein of Balance. Blablabla. Okay. Wir haben vier Stück. Wir kriegen das letzte Elementteil. Wir haben alle gefunden. Bringt das jetzt was, die hier hinzulegen. Wie soll ich es dir geben? Ach, dir. Nö, nicht wirklich, ne? Brauche ich dich? Dich muss ich sehr wahrscheinlich da unten hinlegen. Bei ihm drinnen war ja so eine Statue. Okay. Ja, so genau stand das da natürlich alles nicht. So, ja, jetzt verstehe ich. Und wenn ich die da reinlege, kommt der sehr wahrscheinlich jetzt und macht Stress. Dann muss ich den erstmal besiegen, bevor ich hier wieder rauskomme. Sehr wahrscheinlich sind alle Türen zu und ich muss immer wieder einen speichern und immer wieder einen einen Schlüssel kriegen. So ist das. Krass, der hat mich getötet. Ha, scheiße. Das ist schlecht. Ja, also ich finde den jetzt nicht übelst stark, ne? Also, ich weiß nicht, warum die Leute das so geschrieben haben. Es sei denn, ich muss den tausendmal besiegen. Das weiß ich natürlich nicht. Die Trickstar, die Trickstar. Oho! Wasse helo! Der eil Maastar! Ah! Oho! Okay, ich nehme alles zurück. Bisschen Mist-Sack. Scheiße. Gar nicht gut. Boah. Ich habe dir noch gar keinen richtigen Schaden gemacht. Ich kann den gar nicht verletzen. Wie kann ich dich verletzen? Wie kann ich dich verletzen? Verdammter Inselmeister. Shit. So wie es aussieht, kann ich ihm keinen Schaden. Doch, ich mache ihm Schaden, aber er hält so viel aus. Oh Gott. Boah. Nein, nein. Ach, ärgerlich. Ihr Mistviecher. Fuck it. Schande. Da lachst du. Du Mist-Sack. Okay. Der ist sau-stark. Habe ich jetzt nicht erwartet. Shield-Potion. Shield-Potion. Ihr könnt mal selber auf euch Shield machen. Speed-Potion. Speed-Potion. Rage-Potion. Rage-Potion. Speed-Potion. Attacke. Fuck it. Du bist schnell, du bist stark. Du bist ein Mistsack. Ah, hat ein Schutzschild aufgebaut. Ganz verschwindet der Schutzschild bei dir? Nicht so schnell, wie es aussieht. Boah. So, den wirst du gleich brauchen, um was wiederbelebt werden müssen. Gott, wie lange hält dieser Mistschild? Also die Hälfte haben wir. Aber ich glaube, den muss ich nochmal machen, den Kampf. Dreifach ist auch krass. Ja, ich kann ja nichts machen, bis der Schild weg ist. Sehr schön. Einen haben wir. Oh, shit. Ja, du hast ja wieder dein scheiß Superschild. Bringt mir also nicht viel gegen dich gerade zu kämpfen. Doch, du nimmst Schaden. Sehr gut. Dann hast du dich weggesampt. Zeig dich! Gewürm! Komm, 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 komm. Haben wir irgendwo noch einen Wiederbelebungsteil? Oh, Protection. Das ist gut. Weniger gut ist, dass du hier so viel Power wieder hast. Ah! Ah! Okay, unsterblich. Gegen den kann ich nicht kämpfen. Also, muss ich gegen dich kämpfen. Sehr gut. Also, manche kann ich besiegen, manche wiederum nicht. Ich glaube, den da kann ich nicht töten. Oder kann ich die jetzt gerade beide nicht töten? Ich weiß es nicht. Nee, alles Nuller bringt mir also in dem Bereich nicht weiter was. Ja, aber wir haben wieder was Schaden gemacht. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das ist doch noch so eine Nerv-Mucke dabei. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay, ich will auf jeden Fall dein Zeug haben. Protection rein. Sehr gut. Ja, 357 critical. Hoffentlich ist das überhaupt der Kampf schon. Also, das ist schon wieder einer, den ich nicht töten kann. So, auch wenn wir mal dem hinterher. Shit. Ah, ist der nächste tot. Wir haben nun mal Dich. Ich muss das jetzt irgendwie deichseln. Ich weiß nur noch nicht wie. Vielleicht mit Blitz und Feuer. Okay, Blitz macht dir schon mal gar nix. Feuer ist dir auch scheißegal. Das verstehe ich nicht. Ja. Euch können wir vielleicht ein bisschen was mit Feuer ausrichten. Ja, da machen wir Schaden mit. Sehr gut. Ah, ich hab keinerlei Heilung mehr. Schande. Ne. Das wird nix. Das wird nix. Das wird nix. Keine Stimmung. Game over, man. Gott. Schwieriger Kampf. Tatsächlich. Mist. Halt, nicht Dungeon. Okay, wir sollten es anders machen. Wir gehen auf Fernkampfwaffen. Das war recht effektiv. Protection sollten wir direkt am Anfang anschalten. Tut alle wiederbeleben, tut alle wiederbeleben. Schön und gut. Bomben ist super. Frostbombe, ob das funktioniert, das müssen wir austesten. Du bleibst auf jeden Fall bei Feuer, bei Meteor. Das hat gut gewirkt. Okay, legen wir uns erstmal mit dem Kleinen. Den ich vielleicht normal bekämpfe. Der hatte nicht so viel Power. Ey! Fuck it! Das ist neu! Schande! Das hat er nicht gemacht, das letzte Mal. Oh! Oh! Ach du... Fuck! Das war neu. Wann hast du denn das rausgehabt, du Mistsack? Was ich jetzt richtig sehe, darf der nicht irgendwie fliehen? Das wäre ganz fatal. Also wenn ich nah dran bleibe, scheint er nichts machen zu können. Shit. Okay, das ist schlecht. So, das hat mich jetzt schon eingekostet. Und das letzte Mal habe ich da keinen gebraucht, glaube ich. Oder? Aua! Ich drehe gleich durch. Du Mistsack. So, jetzt ist der dicke Wumsti-Dumsti da. Den ich gar nicht mag. So, halt dich mal. Dass du nicht mehr da bist, finde ich auch nicht gut. Sonst muss ich wenigstens die Frostbomben ausprobieren. Oh, wir können ihn einfrieren! Geil! Okay, er hält nicht viel aus. Also wir müssen wirklich die anderen erwischen. Nicht den Hauptkerl. Nur die einzelnen haben irgendwie einen Nutzen. Doch, den können wir auch verletzen. Was? Mistsack. Ah, der hat diesen scheiß Schutzschild. Das bringt hier nichts. Weg hier. Okay. Wer von euch ist der, den ich verletzen kann? Ach Mensch, das kostet mich jedes Mal Zauber. Okay, einer weniger. Kann ich nicht verletzen. Und ich habe einfach zu wenig Heiltränke. Und ich habe einfach zu wenig Heiltränke. Gott, ich glaube, das kann ich vergessen. Gott, ich glaube, das kann ich vergessen. Prozent, ich denke, da ist. Okay. Fidi-Boost am A-Schuss. Ah, da hat direkt noch einen hinterher gepfiffen. Ist das eine Mist-Sau. Bist du eine Mist-Sau. Bist du eine Mist-Sau. Bist du eine Mist-Sau. Gift ist natürlich ganz schlecht hier. Flavina. Was? Fizzle? Okay. Den können wir nicht verletzen. Wir müssen hier weg. Warum auch immer. Boah. Boah. Irgendwie hat er mich auch weggesämmt. Und mich nervt gerade auch ziemlich diese Mucke. Das ist viel zu laut am Ende hier. Dankeschön. Warum auch immer das hier so laut gemacht worden ist. Okay. Du nimmst da schon mal keinen Schaden. Ja, also manche kann ich einfach nicht verletzen. Strange. 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 Also ich kann dem keinen Schaden machen. Ich weiß momentan noch nicht genau, wie ich den besiegen soll. Aber ich schau mal. Bis demnächst.